hallo ihr lieben und willkommen zurück zu law and order legacies ja wir sind hier immer noch wie immer mitten im verhör und zwar von dem jahr geschäftsführer der hilfsorganisation und so weiter dessen namen ich gerade nicht mehr weiß und ja ich hatte letzte folge schon erwähnt gibt es gute gründe jenna bauers das ist die mama des opfers befähigung als format anzuzweifeln und ja definitiv entschuldigt sie hat davon gesprochen erwin zu schlagen und scheint gewusst zu haben dass er drohen transportiert hat ja ihnen verwirrend sind alle kennen von good shepherd hoffnungslose fälle naja die sozialbereiterin hat zwar zugegeben dass mrs bauer als vormann nicht verzaugt dann eigentlich nicht sie hat erwähnt dass sie erin gerne loswerden würde eigentlich auch nicht sie hat davon gesprochen erin zu schlagen und scheint gewusst zu haben dass er drohen transportiert dann ist es das erste weil sie wusste ja dass es irgendwie um drohen ging ach so ja und sie hat ihr auch prügel angebrot ja ja du steckst da volle kanne mit drin absolut positive erziehung fall akte wenns die last time the bowers caseworker paid a visit you know of course miss skyler filed a visitation report on christmas day we'll need to see the case file of course i'm sorry that's not possible this is a murder investigation dr matros the files contain some sensitive material from several years ago in another state i assure you nothing remotely relevant to the current tragedy hat sich montrose selbst widersprochen ja weil er eigentlich gesagt hat dass er erst vor anderthalb jahren mit denen in kontakt gekommen ist oder nicht ich würde sagen ja er hat von behauptet nichts über das leben der bauers bevor nach genau er hatte das versichert dass in allen belangen ihnen ein belangen entgegenzukommen nein das hat er nicht er hat behauptet dass bauers noch nie außerhalb von new york waren das ist auch nicht richtig er hat zumindest zugestimmt dass jedes detail von bedeutung ist hier don't mess with me i thought you didn't know anything about the bauers before they came to new york nothing relevant i meant am i a suspect now too oh yeah oh yeah yeah dr montrose i've got to insist that you follow procedure and turn over the bauer case file you should have called ahead detective procedure dictates that you give us at least two hours advanced warning ist dies ein gültiger einwand nö wieso monstros hat zugegeben dass er keinerlei ahnung von den üblichen verfahrensabläufen hat nein kürpes hat im voraus akt an sich verlangt als er die organisation vor drei stunden angerufen hat oh das kann ja das kann sein das wesen des falls gestattet als brisco und kürtis die üblichen abläufe zu ignorieren nein die regeln gelten nur für die soziale weiter nicht für die direktoren ich würde sagen er hat war doch bestimmt so clever ja ja woher sind wir mit der bauten mit uns hier sorry aber ich weiß was passiert wenn du mit der stadt sie sagen sie sich nur sehen dass du folgenden regeln aber es ist wirklich ein pretext für legal action sie lieben die guten scheppert weg von mir ich dachte guten scheppert wurde durch die archdiocese das gleiche ist für sie Ich stehe von allen Bureaucraten, sacreden und secularen. Du weißt, dass wir eine Verordnung bekommen können. Du kannst, aber du nicht. Ich habe die Stadt viele Male, Detective. Es ist ein starkes Adversario. Aber es liebt sich zu sehen, in der öffentliche. Ich weiß, wie es zu sehen ist. Das ist so, dass ich den Platz für meine Agenzierung in meinem Weg bin. Dein Privat-Kindem? Ich sage es, was du willst. Also, sag mal, warum hat Frau Bauer so großartig mit den Autoren? Du willst über die Probleme von Jenna Bauer mit den Autoren? Die Autoren haben ihren Vater zu töten. Die Narco-Squad hat die Tür in der Mitte der Nacht geöffnet. Sie begonnen, die Platz entfernt, nach dem Kontraband. Als Herr Bauer erinnert, um seine Haus zu retten, sie ihn verletzten. Einfach eine Kasselte der Drogen. Also, kannst du dich an, Frau Bauer, für denken, dass vielleicht die Geschichte sich wiederum? Ah, okay. Ja, Leute. Oh, der hängt da mit drin. Ich habe ein ganz, ganz mieses Gefühl bei ihm. Okay, fortsetzen. Mhm. 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 Okay. Mhm. Ich glaube nicht, dass es die Mutter war. Aber... Mami auch tot? Ja. Ganz ruhig. Hier sind wir Glück, dass sie nicht zurückkommt und eine Szene macht. Ich würde mich ihm nicht worrylern. Ha! Gott, ich bin so gut. Ist so. Sehr. Ich habe den Possum. Ja, ja, das ist Brisco. Wir waren in der Szene bei der Bauer-Reson Estelle und wir brauchen eine DM. Äh, sieht aus wie eine 10109. Ja, richtig. Der Strom ist aus. Okay. Ja, hier haben wir wieder, ja, hier müssen wir wieder suchen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe schon eine Theorie. Ob diese stimmt? Ich glaube, ich verrate es nicht. Ich glaube, das ist langweilig. Ich würde sagen, ich sage zum Schluss, ob das mit meiner übereinstimmt. Ja, wir suchen hier erstmal, wir suchen einen Nachweis von Drogenkonsum, Jenners Todursache, Toddesursache übrigens, Einkommensquelle und Aaron's Todursache, Toddesursache. Okay. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie ihn umgebracht hat. Ich glaube, das ganz sicher nicht. Wow. Ach du hönnige Scheiße, hier ist ja mal richtig was los. Gut, ich habe aber schon was zum Thema Drogenkonsum gesehen. Hier. Offensichtlich. Durchaus denkbar. Genau, die Todesursache von ihr haben wir hier. Was? Are you kidding me? Das da, bitte. Vodka-Bottel ist empty. So ist die Bottle von Xanax. Ich glaube, wir haben unsere cause der Tod. Hm. Ich glaube, es ist nur gestellt, Leute. Ups, ähm, jetzt bereite ich ja doch schon ein bisschen was von meiner Theorie. Ähm, dann suchen wir noch eine Todesursache von dem Jungen, richtig? Und eine Einkommensquelle. What the hell is das denn? Eine Einkommensquelle. Hm. Ich würde sagen, wir gehen mal ein wenig noch drüber schauen. Was gibt's denn hier? Hier liegt ein Zettel. Oh. Das glaube ich auch nicht. So. Und jetzt brauchen wir nur noch Aarons Todesursache. Ja, und er wurde ja eigentlich geprügelt, oder? Einfach mal da reingucken. Ich weiß nicht, ob das was bringt. So schnell kann ich gar keinen Kreis ziehen. Mrs. Talis' Statue of Liberty. Uh, ha. Na, das ist ja mal spannend. Äh, das ist das obere Teil der, äh, der Statue. Ähm, von dem das untere Teil der Obstachlose sich gemobst hat. Mhm. Was ist doch? Ja. Nein. Vielleicht. Sie ist ein Junkie, Ray. Keine Ahnung, was du wissen? Und ich? Nein, es ist die Verhandlung von Good Shepherd. Und sie knackt auf die falsche Tür. Oh, hey, Frau, die Party ist hier! Detective Briscoe? Was machst du? Oh mein Gott, ist Mrs. Bauer... Ich glaube, so. Tell me, der Ort war so, auf Weihnachten? Wie soll ich wissen? Ist das das Date von deinem letzten Besuch? Mein letzten Besuch? Ich war nicht hier bei Chris... Oh... Ich würde besser das Office anrufen. Dr. Montrose? Ja, ich bin im Apartment. Es ist etwas, was du wissen sollst. Da ist doch irgendwas mit dieser Organisation dort. Haut doch nicht hin, Leute. Und irgendwelche ominösen Checks? Na... Ich weiß noch nicht, warum es da... Also, ich weiß noch nicht genau... Ich kann mir vorstellen, was passiert ist, aber ich weiß den Grund noch nicht. Gut. Fortsetzen. Fortsetzen besonders. Fortsetzen. Büro des Bezirksanwalts... Staatsanwalts... Nichts. Es ist Zeit, dass wir die Anfängerung auf das? Ich würde gerne, glaube ich. Aber... Justice hat nicht getan. Poetische Justice, vielleicht. Niemand kommt davon aus, dass es gut ist. Including uns. D. 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 Gibt es einen Grund für die Vermutung, dass Good Shepherd die Bauers nicht ordnungsgemäß beaufsichtigt hat? Ja, den gibt es. Und zwar, Montus hat behauptet, dass die Sozialarbeiterin des Bauers an Weihnachten besucht hat. Diese konnte sich aber nicht daran erinnern. Genau. Brauche ich gar nicht weiterlesen. Ja, das war ja eine ganz, ganz kurze Geschichte gerade. Und ja, es ist noch ein bisschen früh, aber ich mache trotzdem hier einen Schnitt. Gut, ich danke auf jeden Fall wie immer fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüssi.